Wir versuchen alles, damit wir wirklich alle drauf bekommen. Alle Stars von In Aller Freundschaft, natürlich hier unseren Bambi. Wir sind so stolz auf euch. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt sagt doch mal, ihr hattet so starke Konkurrenz. Was glaubt ihr, warum habt ausgerechnet ihr euch durchgesetzt? Was macht eure Serie so besonders? Das müsst ihr ja eigentlich dem Zuschauer fragen. Wir können nur sagen, wir sind eine Familie. Wir sind nicht nur mehr Freundschaft, wir sind eine Familie. Und das nach so vielen Jahren, das soll uns erst mal einer nachmachen. Das soll euch einmal. Gibt es da auch mal Zopf? Sagt man sich da auch mal die Meinung, dass immer alles Friede, Freude, Eier kommt? In der Arbeit wird natürlich offen. Immer Friede, Freude, Eier kommt. Na gut, immer Friede, Freude, Eier. Es wird gezofft, aber schön gezofft. Zumindest stehen wir heute Abend drauf. Ihr habt einen großen diskutiert, aber kontrovers diskutiert. Und dann verbessern wir es einfach. Und das ist das Schöne an der Familie. Nein, es wird auch gezofft manchmal, aber so wie es eben ist. Ja, jetzt gerade. Es wird gezofft. Wir haben auf jeden Fall einen Vorteil. Ich glaube, wir sind heute die größte Gruppe hier auf der Aftershow-Party. Es ist praktisch, da reinzukriegen. Der Party steht auf gar keinen Fall mehr was im Weg. Kommt ihr in kompletter Mannschaft gleich zum Feiern? Ja, ja. Ich glaube, es sieht stark danach aus. Dann würdet ihr uns jetzt hier gar nicht rauslassen. Nein, natürlich nicht, bevor ihr nicht alle auf den Boden legt. Ihr habt jetzt die Chance, direkt ins Internet gleich vielleicht einfach mal ein ganz großes Dankeschön zu schicken. Oder? An alle, die für euch gestimmt haben. Danke allen Zuschauern. Danke. Wir sind eins. ARD ARD